Bei der Aufgabe scheint die Sonne, hier ist die Sonne eingezeichnet und wir haben den Peter, hier ist der Peter und der Klaus und Peter ist 1,60 groß und hat einen Schatten von 120 cm, Klaus ist 1,64 groß und wir kennen den Schatten nicht. Den sollen wir ausrechnen. Die erste Frage ist jetzt direktproportional oder indirektproportional. Bei direktproportional habe ich doppelte Größe, doppelte Größe, doppelter Schatten und bei indirekt hätte ich doppelte Größe, also wenn der Peter jetzt wächst, und dann halber Schatten. Offensichtlich ist das unlogisch, also wenn ich irgendwas nehme, was 2 mal 1,60 groß ist, dann wird der Schatten nicht halbiert, sondern wird auch verdoppelt. Damit können wir das ausschließen, das heißt, es ist sicher eine direkte Proportionalität. Verdoppeln wir die Größe, verdoppelt sich der Schatten. Nur ist Klaus eben nicht doppelt so groß, sondern statt 1,60 nur 1,64 größer. Deswegen können wir die 120 nicht einfach verdoppeln. Wir schreiben das hin. Hier haben wir den Schatten. Schatten, eine schöne Tabelle, Schatten und Person oder Größe per, jetzt wo ich es eh radieren muss, dann mache ich die Größe. Bei dem Schatten, also 120, also in Zentimetern, ganz sauber Zentimeter, habe ich hier ein 160 und das kenne ich nicht, dann habe ich hier 164. Ich muss immer an die Quotientengleichheit denken, also direktproportional Quotientengleichheit, also 120 durch 160 gleich 3 zu 4 und es kommt immer 3 zu 4 raus. Also 3 Meter Schatten gibt, brauche ich einen 4 Meter hohen Baum. Und dieser Quotient, also 120 zu 160 ist eben dann x zu 164 oder eben 3 zu 4. Ich kann auch sagen 3 zu 4 gleich x zu 164. Es kommt immer das gleiche raus. Ich multipliziere mit 164 mal 164, also x gleich 3 Viertel mal 164 und ich komme auf 123. Also Antwort 123 Zentimeter.